ARD Text im Auftrag von Funk 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 Boah, der fail, diga. Also der fail. Naja, egal. Wir spielen auf jeden Fall Bedwars und ich wollte sagen, der Stream findet auf jeden Fall statt. Der wurde, also es wurde abgestimmt auf einen Stream so. Ähm, relativ eindeutig, also eigentlich knapp sogar, aber doch eindeutig für den Stream. Entschuldigung. Ich musste mich kurz räuspern. Ach so geht's besser. Oh, ich baue gerade irgendeinen Scheiß zusammen. Egal. Ähm, ja, also der Stream findet statt. Äh, schreibt mir mal in die Kommentare, ob für euch Freitag 18 oder 18.30 Uhr passen würde. Also nächsten Freitag, nicht diesen, wenn dieses Video kommt. Sondern den darauf. Also wirklich nächsten. Da hätte ich Zeit, da wäre es richtig nice und ja. Ach, fuck. War gute Taktik. Ich mach das jetzt einfach so. Das war fun. Geil, holen wir dann schnell Blöcke und gleich nochmal drauf, würde ich sagen. Aber diesmal genug Blöcke. Gleich nochmal drauf. Irgendwer hat gefragt, die nice Hintergrundmusik, also dass er die Hintergrundmusik so nice findet und von wem die denn ist. Wie immer MonsterCat. Okay, der kennt diese Taktik leider. Und sie haben schon wieder verkackt. Egal. Ich wollte heute noch sagen, ja. Also ich hab's, glaub ich, jetzt eh dreimal gesagt. Hab eben Premium gekauft. Ich hoffe, das ist für euch okay. So werden mehr Videos von GOMO selber kommen. Ich werde das Video auch jetzt nicht zu arg cutten, also bitte sagt jetzt nicht, dass es euch irgendwie stört oder so. Ich kann im Moment nichts cutten, weil irgendwie die Audio-Timeline zerstört ist und ich weiß selbst nicht genau, was da abgeht. Junge, wir können uns noch stundenlang hochbauen. Ich hab genug Blöcke. Gut, dann holen wir eben sein Bett, ist mir egal. YOLO, würde ich mal sagen. So, jetzt irgendwie dumm, aber okay. Nein. Ja gut, ich setze hier in den kurzen Cut. Wir sehen uns gleich wieder in der zweiten Folge. Bis dann. Und wir kommen zurück. Ich schau noch kurz, ob's läuft. Aber ich denke schon. Ja, es läuft. Schön, gefällt mir. Wir spielen auf der Web Rustic und jetzt würde ich's zu Ende bringen. Also, Stream Freitag. Hätte ich jetzt mal vorgeschlagen. Okay, das... Okay, er lässt uns die Blöcke zuerst. Acht. Zwölf. Passt, perfekt. Okay, ja, ihr könnt natürlich im Stream, ähm, sämtliche Screenshots machen, die ihr gefragt habt. Klar, wenn ihr mich so trefft, natürlich auch einfach anschreiben. Ähm, ihr könnt mich natürlich auch, ähm, also mir eine Freundschaftsanfrage schicken. Ich bin so verplant heute. Ihr glaubt's mir gar nicht. Also ihr könnt mir auch eine Freundschaftsanfrage auf Combo schicken. Nehme ich gerne an. Ich weiß, ich kann nicht fast brechen und sollte es lassen, aber egal. Der Typ baut sich eben nicht drüber. Ist ja egal. Auf jeden Fall holen wir uns jetzt nochmal Bronze. Bisschen. Mein Fox ist nur online, okay. Ja, ist ein Freund von mir oder so etwas in die Richtung, wenn man das Rima nennen kann. Ist auch egal. Also ihr könnt, wie gesagt, gerne mir Anfragen schicken. Nehme ich alle an. Oh, unser Team mit diesem Aufräumen. Digga. Dann holen wir uns gelb, würde ich sagen. Okay, wir sind nicht gelb, das ist schon mal gut. Ach, fuck. Come on, Digga. Come on. Ja, Rustic mag ich einfach die Map. Und ganz ehrlich, ich bin richtig froh, dass ich mir Premium gekauft habe. Jetzt nicht so als irgendwie Produktplatzierung oder so. Also generell einfach, ich weiß nicht, wie oft ich gekickt wurde beim Aufnehmen und so weiter von Premium Leuten. Und jetzt einfach viel besser, da ich Premium Plus sowieso nicht so schnell erreichen kann. Da wir 4.000 Abonnenten braucht man für Premium Plus. Das ist bei meiner Größe relativ viel. Da wird es gut vorbeigeschummelt. Ich hoffe, er kann das jetzt nicht so ziehen. Scheiße, ich habe kein Glück mehr. Nein. Oh Gott. Das wäre auf jeden Fall eine letzte Challenge. Nur mit OP bauen herum. Okay. Grün. Okay. Was? Wir haben kein Bit mehr? Als ob. Logischer Tobi. Ich hasse dich. Nein. Ach, come on, Digga. Come on. Wir hängen. Hängen wir noch eine dritte dran? Wir kommen eine dritte Lackrunde, da hängen wir noch dran. Wird es ein bisschen länger. Okay. Bis gleich. Und wir kommen. Nach dem Cut eigentlich unterbreche ich im Moment ja auch nochmal, da ich nicht cutten kann. Ja. Trotzdem, also so eine Art, wie würde ich sagen? Ach, ich muss die FPS noch ein Stückchen drunter stellen. Es lag zu viel im Moment. Immer noch mit dem normalen OPS auf und ich würde gerne mit der Multi-Plattform aufnehmen, aber da funktioniert irgendwie mein Desktop-Sound nicht richtig. Okay, der will auf jeden Fall mal beef mit uns. Richtig nicer made auf jeden Fall. Richtig nicer made auf jeden Fall. Egal. Yolo. Haben wir eben das erste Beton. Nice nicer nicer. Also Orange hat, das war unser tut. Ist sein Ernst jetzt? Oder was? Als ob das war unser tut. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Thanks God. Als ob das das unser tut war. Wer hat dann da den Weg gebaut? Okay, ich habe mir jetzt zu viel Worte genommen. Egal. Ähm. Bisschen essen. Boah, ich dachte jetzt schon, das ist ein Team. Egal, wir werden schon nicht so IS getrackt, noobs. Yolo, mischen wir halt mal damit. Ist ja egal. Die Runde soll halt nicht zu lange dauern. Sonst muss ich sie wieder so kit-cutten und das ist so schwierig mit dem Einer-Schnitt-Programm. So, schön rauf und weiter rüber. Schön hoch gebaut. Ach, come on. Digga, come on. Ach, come on. Was ist los? Ich glaube unser schwarzer Mait will jetzt auch nicht gerade so. Egal. Ähm, ja eben. Freitag unbedingt merken, Livestream. Also, wirklich schreibt mir nochmal in die Kommentare, ob ihr ihr Zeit habt. Weil für eine Person oder zwei Personen mache ich jetzt nicht extra einen Livestream. Das wäre eigentlich dumm. Also, mindestens vier Zuschauer wären schon nice. Ich habe auch einen Moderator, der natürlich für alle Fragen zur Verfügung steht und sämtliches Zeug. Das ist doch nicht mal grün, oder? Oder ist das die Base von Grün? Ne, das ist Rot. Was will dann Grün dort? Okay. Gut, wenn sie das wollen. Wenn sie Beef wollen, sollen sie Beef haben. Beef. Ja, also Screenshots und so weiter. Ihr könnt natürlich, vielleicht hättet ihr Bock drauf. Ähm, wir können auch mal eine riesige Party machen. Also, von den Leuten, die spielen wollen mit mir und so weiter. Können wir machen. Und, könnte ich im schwarz, YOLO. Wie dumm ist grün eigentlich, das frage ich mich die ganze Zeit. Die wollten einfach nur das Bett zerstören, glaube ich. Toads mit Goats ist nun online. Nice, Digga. Als ob es so ein Factless Knockback gibt. Ich glaube, wir werden wieder keine Runde gewinnen von denen, die ich aufgenommen habe. Aber ich wollte die paar Themen ansprechen. Und, das ist das Wichtigste eigentlich. Also, wie gesagt, schreibt es nur noch in die Comments. Wäre richtig nice. Äh, und vielleicht schafft ihr schon die 60 Abos mit diesem Video. Alter, ihr macht mich echt fertig. Okay. Das ist auf jeden Fall da oben. Nice. GG. Äh, das würde ich mal sagen. Oh mein Gott, du schaust Nibel Nix Videos. Was ist los bei dir? Okay, ich gehe einfach zu grün durch. Juckt mich nicht. Da beide grünen hier sind. Wie nice ist das denn bitte? Wie nice. Komm schon, komm schon, komm schon. Ach, come on. Okay, GG. Ja, ich würde sagen, immerhin fast Finale und ein Bett abgebaut. Nice Runde. Ich würde sagen, das war's. Lasst ein Like da. Äh, wenn ihr wollt. Ein Abo wäre echt geil. Und, ja. Wenn euch die Musik gefällt, macht es mir auf jeden Fall mehr Spaß. Also, das heißt, da macht es mir mehr Spaß. Freut es mich auf jeden Fall. Alter, ich kann heute echt nicht mehr reden. Ich werde jetzt noch eine Folge mit dem Hapcom aufnehmen. Das heißt, der ist in der nächsten Aufnahme wieder dabei. Und da wird es vielleicht auch eine kleine Ankündigung geben. Man weiß es noch nicht, aber man munkelt. Ähm, ja. Und ich würde sagen, das war's. Ciao, Leute. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bye. 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 Ciao, Leute.